Die deutsche Traum-Ehr in der Formel 1 ist perfekt. Nico Hülkenberg fährt ab 2025 für Audi oder zunächst einmal für Sauber, wie das Team vor dem offiziellen Einstieg der Ingolstädter noch ein Jahr lang heißen wird. Hülkenberg hat in Hinwill einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben, was bedeutet, dass er als Stammfahrer mit dabei sein wird, wenn Audi ab 2026 als vollwertiges Werksteam in die Formel 1 einsteigt. Hülkenberg selbst spricht von einer großen Ehre und erklärt, Für Hülkenberg ist es eine Rückkehr nach Hinwill, denn bereits 2013 fuhr er ein Jahr lang für das Sauber-Team. Er trifft dort also auf einige bekannte Gesichter, unter anderem auch auf das von CEO Andreas Seidel. Den kennt er zwar nicht aus gemeinsamen Sauberzeiten, dafür aber aus seinem Abstecher in die Langstrecken-WM. Als Hülkenberg nämlich 2015 mit Porsche die legendären 24 Stunden von Le Mans gewann, da war Seidel sein Teamchef. Dieser erklärt, Die Verpflichtung von Nico ist ein nächster Meilenstein für das Formel-1-Projekt von Audi. Mit seinem Speed, seiner Erfahrung und seinem engagierten Teamwork wird er schon 2025 einen wichtigen Beitrag für den Einstieg von Audi in der Saison 2026 leisten. In der Formel 1 wird es für Hülkenberg 2026 übrigens nicht das erste Mal sein, dass er für ein Werksteam an den Start geht. Bereits von 2017 bis 2019 fuhr er für Renault, wo er 2018 als WM-Siebter auch seine bislang beste Endplatzierung in der Weltmeisterschaft erreichte. Kleiner Randaspekt, Hülkenberg ist nicht der erste Fahrer, den Audi für das Formel-1-Projekt bestätigt hat. Bereits Mitte 2023 gab man bekannt, dass man Neil Gianni als Simulatorfahrer unter Vertrag genommen hat. Der Le Mans-Sieger von 2016 ist allerdings kein Kandidat auf ein Stammcockpit. Denn offen ist noch, wer ab 2025 Teamkollege von Hülkenberg wird. Wobei es im Fahrerlager ein offenes Geheimnis ist, dass die Chancen der aktuellen Sauberpiloten Walter Rebottas und Guan Yuuzhou eher schlecht stehen und dass Andreas Seidel Carlos Sainz gerne nachhin will holen würde. Das ergibt gleich aus mehreren Gründen Sinn. Denn zum einen hat Sainz noch kein Cockpit für die kommende Saison, weil er seinen Platz bei Ferrari an Lewis Hamilton verliert. Zum anderen kennen sich Seidel und Sainz bereits aus gemeinsamen McLaren-Zeiten, ein ähnliches Szenario also wie bei Seidel und Hülkenberg. Helmut Marco von Red Bull verriet kürzlich im Interview mit der kleinen Zeitung, Wir sprechen mit Carlos Sainz, aber er hat ein sehr lukratives Angebot von Audi, das wir nicht matchen oder überbieten können. Finanziell könnte sich eine Unterschrift in Hinwill für Sainz also lohnen. Was gegen einen Wechsel zu Sauber bzw. Audi sprechen könnte, ist die Tatsache, dass es in der Karriere des Spaniers, anders als bei Hülkenberg, erst einmal ein Schritt zurück wäre. Während der 29-Jährige bei Ferrari aktuell in einem der besten Boliden im Feld sitzt, würde er zumindest übergangsweise erst einmal wieder in ein Mittelfeldauto wechseln. Nico Rosberg hat dazu jüngst bei Sky erklärt, Sainz will jetzt Rennen gewinnen und da fängt man ja wieder ganz von vorne an. Es dauert fünf Jahre für ein Team, nach ganz vorn zu kommen. Das ist auch für ihn eine schwierige Entscheidung. Und auch Haas darf man in der aktuellen Situation natürlich nicht vergessen, denn durch den Hülkenberg-Weggang wird dort 2025 mindestens ein Cockpit frei werden. Gute Chancen dürfte Ferrari Junior Oliver Bermann haben. Der Britte präsentierte sich bei seiner Formel-1-Premiere in Jida, als er Carlos Sainz vertreten durfte, ordentlich und absolviert in diesem Jahr ohnehin mehrere Freitagstrainings für Haas. Es bleibt also spannend auf dem Fahrermarkt in der Königsklasse und jetzt möchten wir von euch wissen, wen würdet ihr euch als Teamkollegen von Nico Hülkenberg wünschen? Verratet es uns in den Kommentaren, gebt den Daumen hoch für dieses Video und abonniert unseren Kanal für weitere spannende Formel-1-News und Analysen.